Hey zusammen und willkommen beim Onkel Tora bei Episode 8 vom Heimkingobau. Hallo und herzlich willkommen. Hi. Ja, worum geht's heute? Heute geht's erstmal darum, dass ich meinen Selfie-Stick gefunden habe. Ich kann ihn sogar noch ein bisschen ausfahren. Soll ich euch mal zeigen? So, weiter weg geht nicht. Ne, fahr ich wieder rein. Ich bin mal noch frei. Komm hier. Also ganz weit weg ist auch scheiße. So, worum geht's heute? Heute geht's darum, da, da, da so, ich weiß nicht, ihr könnt das sehen, jetzt ist das Handy natürlich so weit weg, das Podest. Also diese Treppenstufe wollte ich da jetzt hinten bauen und im gleichen Zuge, höchstwahrscheinlich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, im gleichen Zuge wohl auch die Stufen, die rechts und links hinkommen und das Podest. Ich kann es euch ja nochmal zeigen. Das Podest da, ja hier steht eine Menge Scheißraum, Onkel Tora muss Baustelle aufräumen. Aber hier ist ja das Podest. Ne, und das Podest hatte ich ja, das ging ja nicht bis zum Ende durch, weil ich ja noch nicht ganz sicher war, wie ich das mache mit dem Podest. Und jetzt habe ich mich ja dazu entschlossen, das Podest wirklich bis zum Ende durchzuführen. Das heißt, das muss ich auch noch bauen. Ne, also wir haben einmal da hinten die Treppenstufen, hier kann ich euch übrigens zeigen. Hier habe ich mir schon mal ein paar Gedanken dazu gemacht. Ich habe schon mal hier was aufgezeichnet. Seht ihr das? Da ist ein Strich, da ist die obere Stufe. Und hier ist noch ein Strich, da ist die untere Stufe. Ja, insofern Gedanken habe ich mir dazu gemacht. Ich weiß sogar schon die Höhe. Die erste Stufe hat Oberkante 11 cm und die zweite Stufe hat Oberkante 21 cm. Dann kommen wir nämlich mit der Platte, mit der letzten Stufe auf die gleiche Höhe. Das heißt, wir haben drei gleiche Stufen. Ah, bin ich ein Fuchs. Ich bin so ein Fuchs. Und ich muss mich erstmal daran gewöhnen mit dem Selfie-Stick, dass ich auch immer die Kamera schön in mein hübsches, astral Körper angeheftetes Gesicht richte. Ja, ja. Nein, alles gut. Jo, ja. Gibt es noch groß zu sagen? Würde ich sagen. Achso, da oben, ne? Da oben. Hört ihr, hier. Hängt übrigens noch der Lampenanschluss raus. Dafür habe ich einen. Mein Arbeitskollege hat es mal wundervoll als Deckenmonarch bezeichnet. Ich habe keine Ahnung, wie er drauf gekommen ist. Aber einen Deckenball nach hinten habe ich hier. So, der kommt da dran, den schraube ich da dran, dann wird der auch noch schwarz lackiert. Und dann sieht man davon nichts mehr. So, und das war jetzt laut. Ich würde sagen, ich lege mal los, ne? Alles klar. Tschüss. Ich würde sagen, ich lege mal los. Nein, so ein Mist. Die Framelapse Software ist abgestürzt, Freunde. Es tut mir furchtbar leid. Ihr konntet jetzt leider nicht sehen, wie ich die Konstruktion gebaut habe. Aber sie funktioniert. Also hier, man kann nicht hier schön draufstehen, Stufe und so. Eine Hammer schon mal. So, Gott sei Dank habe ich vorhin mal nachgeguckt. Ich wollte mal gucken, so stimmt die Kameraeinstellung noch und da wäre jetzt mir aufgefallen, Framelapse ist weg. Also das Timeless Programm ist abgestürzt. So, aber ich kann es euch mal zeigen hier, weil ich jetzt hier so gebaut habe. Also das ist im Grunde genommen alles. Ich müsste die eigentlich auch rausheben können, weil die ist nicht so schwer. Das ist im Grunde eine ganz einfache Konstruktion. Es ist einfach nur die Platten zurechtgeschnitten, in Form geschnitten, ein paar dicke Balken runter. Die habe ich auf der Baustelle mitgenommen. Da sind wir gewesen. Dann habe ich die Jungs gefragt, so, hör mal, braucht ihr das Holz? Nimm mit. Und alles klar, eingepackt. Und ja, wie ihr seht, pass, pass genau hier, pass genau. Ich habe sogar da die Ecke ausgeklingt. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier schiebe, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier schiebe, zack, pass, wackelt und hat Luft, würde ich sagen. So, gut, dann müssen wir jetzt noch die vordere Stufe machen. Es war jetzt nicht ganz so aufwendig und nicht ganz so spannend, aber ja, tut mir leid. Naja, machen wir weiter. Bis zum nächsten Mal. 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 Klar ist jetzt alles noch ein bisschen vollgestellt, aber sobald das aufgeräumt ist, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So, und dann haben wir da jetzt in der Ecke einen Kasten stehen und hier jetzt einen Kasten stehen. So, und das ist der erste Teil der Stufe, der zweite kommt dann da hin und dann hat man hier auch noch eine kleine Treppe. Gleiches gilt dann für da hinten. Ja, das ist jetzt so der Stand der Dinge. Als nächstes kümmere ich mich dann darum, dass ich die Stufen irgendwie festgeschraubt bekomme, weil ich war jetzt in meinem Bauwagen und habe nicht lange gedacht, dass ich vielleicht die obere Platte hätte noch ablassen sollen und lieber erstmal die Stufe, die Unterkonstruktion an das Podest schrauben soll und dann die Platte oben drauf. Ja, gut, im Eifer des Gefechts, kennt man ja. So, und ja, dann kommt die nächste Stufe. Und wenn wir die soweit haben, ja, dann mache ich mich an die Regipsplatte, ne. Mal gucken, packe ich das in ein neues Video oder packe ich das in dasselbe Video. Ich weiß es nur nicht. Da ich jetzt noch nicht weiß, sage ich an dieser Stelle einfach mal Tschüss. Und, ja, wir sehen uns, ne. Alles klar, freut euch auf weiteres, was kommt. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.